Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute im Dana Felsenland unterwegs und wir haben auch eine nette Begleitung, zwar Tim und Katharina. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Felsenpfad von 12,5 Kilometer so ist, dann bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020